Auf 200 Quadratmeter Fläche entstand in nur zwei Monaten Umbauzeit das neue Kundencenter der Salzburger G. Die Service-Anlaufstelle am Gebirgsägerplatz ist zentral gelegen und gut erreichbar. Die neuen Räumlichkeiten verfügen über drei Schalter, abgetrennte Bereiche für Einzelberatungen und einen großzügigen Wartebereich für Besucherinnen und Besucher. Der Gebirgsägerplatz 10 hat uns durch den zentralen Standort überzeugt. Dieser Standort ist für unsere Kunden noch besser erreichbar. Und unser Kundencenter steht hier von Montag bis Donnerstag von 7.30 Uhr bis 16.00 Uhr und Freitag bis 14.00 Uhr zur Verfügung. Die Zusammenlegung des Kundencenters, der Service-Line, dem Backoffice und des Beschwerdemanagements an einem Ort vereinfacht interne Abläufe. Somit kann die Wartezeit bei vermehrten Kundenanfragen künftig noch mehr verringert werden. Durch das großzügige Platzangebot wird die Privatsphäre der Gäste im persönlichen Gespräch gewahrt. Das neue Kundencenter zeigt die Vielfältigkeit der Salzburg AG. Hier neben dem Heizkraftwerk Mitte, genau gesagt im Uwe Mitte, haben wir binnen zwei Monaten ein hochmodernes Kundencenter gebaut. Die Herausforderung war, dass wir ein Kundencenter bauen, das sowohl unseren Kunden als auch unseren Mitarbeitern gefällt. Das wahnsinnig Schöne ist, wenn unsere Kunden jetzt reinkommen, die wirklich Freude strahlen und sagen, wie schön, dass das neue Büro ist. Einer gefällt der Wartebereich gut, das Helle, die Einrichtung generell und auch das Farbenspiel, wie es eingerichtet worden ist, kommt wirklich sehr gut an. Das Kundencenter der Salzburger AG ist erste Anlaufstelle für Fragen rund um die breite Produktpalette der Salzburger AG. Auch hier wird einmal mehr deutlich, dass sich die Digitalisierung und die Regionalität gut vereinbaren lassen. Wenn wir am Schalter unsere Lichter ausschalten, ist es natürlich nicht finster für unsere Kunden, sondern sie haben die Möglichkeit, unsere 24-Stunden-Hotline zu nutzen, uns eine WhatsApp zu schicken. Wir sind ja jederzeit per Mail erreichbar. Seit dem Juli gibt es auch noch neue Öffnungsseiten im Servicecenter Verkehr Alpenstraße. Unsere Kolleginnen und Kollegen sind vom Montag bis Freitag von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr für Sie erreichbar.